Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum Trading Tip des Tages. Ja in Amerika, da geht die Post ab, vor allem im Tech-Bereich, während in Deutschland die Kurse eher schon wieder auf dem Rückzug sind und deswegen schauen wir uns eben einen US-Basiswert an für unseren Trading Tip. Es handelt sich um Visa. Visa hat ein Fintech-Unternehmen gekauft, Plate. 5,3 Milliarden Dollar legt man dafür auf den Tisch. Ist zwar im Verhältnis zum Gesamtumsatz ein bisschen als Peanuts, aber es zeigt doch, dass der Vorstand hier weitsichtig denkt, dass man sich neue Wachstumschancen eröffnen will und was soll man zum Chart sagen. Also es ist ein Bilderbuch-Chart. Seit einem Jahr geht es bis auf viermal im Sommer, wo wir seitwärts tendiert sind, mehr oder weniger kontinuierlich nach oben. Die 200-Tage-Linie wie an der Schnur gezogen, von links unten nach rechts oben. Und wenn ich mir die Analysten so anschaue, was die zu Visa sagen, dann wird sich dieser Trend auch weiter fortsetzen. Wir empfehlen deswegen ein Faktor-Zertifikat, das sich gerade in trendstarken Phasen eben als überlegen erweist. In der Regel ein Visa-Faktor-Long mit der WKN MC 2 WB 3. Chancen immer schwer zu sagen, aber ich denke mal, dass wir hier am Jahresende durchaus über 16, 17 Euro notieren können. Der Faktor ist 3, Stoppkurs daher etwas weiter entfernt bei 9,80 Euro. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen mit diesem Produkt und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Tschüss.